hallo leute und willkommen zur nächsten folge von happy wheels jetzt ist es ja eine woche lang ist ja keine folge mehr davon gekommen ja dann mache ich jetzt einfach mal wahrscheinlich eine längere folge oder so um mich zu nehmen in den weg und hier ist gut nehmen wir mal d so vielleicht ja gut nehmen wir gleich mal das so ja ja okay ja wie lange dennoch lol habe ich jetzt nicht gelesen scheiß drauf sie sind das für ein level ja wie komme ich da jetzt weiter was sie sind das ach komm tut mir leid aber schade ich dachte das geht sich gleich aus so nennen ach komm das ist doch nicht hart ups ja dann wie das wieder geht ich wollte jetzt mal ein lol ich wollte es mal ein thema ansprechen das wäre projekte ich habe jetzt ein projekt habe ich noch nicht gesagt werde ich beenden oder besser gesagt habe ich beendet das wäre floh sinkt das ist jetzt ein für einmal beendet aber wer es auf facebook vielleicht gelesen hat auf unserer facebook seite ich habe geschrieben dass es also gestern habe ich das geschrieben also zumindest an den zeitpunkt der aufnahme war das dann gestern dass das es ein ähnliches projekt in planung ist das aber noch ich weiß nicht wann ich das anfange oder besser gesagt wir vielleicht wird es sogar zu zweit ich weiß nicht ich weiß nicht kommt darauf an ob stefan da mitmacht hoffe ich ja mal aber mal sehen so im moment wenn ich das jetzt nicht schaffe dann genau ja tut mir leid ach Gott echt ja ja und jetzt ja geiles level ich verstehe die bewertung nicht ach nee sowas kann ich nicht das wisst ihr ja warte mal ja ja ich weiß nicht wieso aber das schaffe ich nicht ja komm ach komm jetzt ja 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 das war es das erste Mal dass ich sowas geworfen und dann ja 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 hitbare ja 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 da 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 Naja, weiß ich das Beste. Aber egal. Könntest du bitte mal auf die Seite gehen? Sonst fahre ich dir leider drüber. Genau so. Ja, wir sagen mal, ich hab's geschafft. Oh, nee. Hä, wieso schießen die nicht? Scheiße, das... Hätte ich jetzt fast geschafft. Oh. Ja, genau. Moment, wo ist er? Hallo, er? Boah! Okay, drei Versuche noch. Moment, zurück. Und... Jum! Okay. Ähm... Ich finde... Ja, nee, Moment. Hier so. Gut, letzter Versuch ist das jetzt. Oh mein Gott, echt. Ja, okay, gut. Ähm, das nächste. Oh mein Gott, was ist das? Das schafft man doch nicht. Oder vielleicht doch? Nee, das ist mir jetzt zu zeitaufwendig. Was steht da? Ähm, 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 okay. Boah! Boah! Ah, ich bin tot. Ja, genau. Weil das ja auch in echt passieren kann. Hä? What? Lol. Ich war einfach mal tot. Au. Ja, Timmy tut mir leid. Bist du selbst schuld. Wow. Wow. Ja, wir haben es geschafft. Ja. War ja nicht geil. Solche Levels mag ich. Oh mein Gott, ist das jetzt ein Minecraft Level. Ja, das war sehr lange. Aber gut gemacht. Also jetzt von der sozusagen Grafik her. Vom Aussehen her meine ich. Oh, 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 oh. Nein, schade, schade. Ja, okay, das müssen wir uns jetzt nicht so lange antun. Was war das jetzt? Back. Ähm. So. Achso, das machen wir nicht. Z muss ich drücken. Wow. Very good. Was ist das? Was? Ja, das müssen wir uns jetzt auch nicht antun. Gibt es jetzt kein normales Ding. Also Z. Hä? Ne, das ist mir zu kompliziert. Wow. Oh, nein, nein, nein. Ähm. Lol. Epic. Oh. Wie funktioniert denn das jetzt nochmal? War das... Ah, ja. Hä? Wieso schreien die Kinder mir Noob zu? Das sind ganz schön gemein. Äh, ja, irgendwie wird das, glaube ich, nichts mehr. Wegen den Armen. Ach, scheiß drauf. Ja. Danke. Danke. Genau. weil ich schreibe nicht mal was so ab moment was steht hier moment ist das will ich aber noch mal versuchen was das ist das verstand irgendwas aber das ist gut gemacht darum ja nein ach komm hier sagen wir es nicht jetzt stehen die so set oder ja oh mein gott die arme sind verdreht seine arme sind verdreht ja danke ja aber es ist ein geiles level genau wo war jetzt kompliziert theoretisch hallo also ich vergesse immer dass ich z drücken muss boah dass dass christ fahrheit was war ja 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 das war ein bisschen fehl wie was er ein versuch jetzt noch okay ich mal da ins raus am besten mit dem wahrscheinlich ja also ich habe jetzt mich jetzt für den himmel entschieden oder was stand da leu wie jetzt der gibt moment moment das will ich jetzt wissen ja danke ja und jetzt ich sollte irgendwie mal ein thema ansprechen ach ja das wollte ich noch sagen wegen projekte ich rede heute mal wieder zu wenig ein bisschen ich werde wahrscheinlich also die sozusagen der nachfolge von flo sinkt wird auf jeden fall auch lustig werden aber ja moment also ja das schaffe ich nicht das ist zu doof gemacht ja aber ich wollte sowieso euch noch fragen was ist denn das was ihr so von uns sehen wollt ersetzt von spielen her oder generell projekte könnten wir das mal in die commis schreiben ja geil was ich gerne von uns sehen wollt interessiert würde mich mal interessieren ich würde jetzt mal sagen mit diesen ähm lol ich würde jetzt mal sagen mit diesen ähm lol ja das geht nicht gut also ich würde sagen mit diesen level ähm ja runden wir den part hallo ich will deres ich bin zu doof echt dass ich da raus jetzt oder auch nicht bitte rein raus meine ich oh mein gott dicht ja ich bin ein baum eine fackel eine höhle gut also es wäre cool wenn ihr den part bewerten würdet und mir bitte dann in die commis schreiben würdet ähm ja was ihr jetzt eben eigentlich von uns so sehen wollt ich kann lol ich kann schon mal sagen dass sowieso ähm neues projekt im plan was heißt in planung wurde schon aufgenommen also zwei folgen davon ähm wird am montag starten weil ich werde diese folge jetzt ähm wahrscheinlich noch heute wenn ich das aufnehme hochladen das wäre dann der samstag kommen heute mal wieder zwei videos steht zwar nicht im upload plan aber ist jetzt doch egal ähm ähm ja ja das heißt am montag startet ein neues projekt sind wir mal zu dritt kann ich schon mal sagen na gut dann war es jetzt und ja wie gesagt schreibt mir das bitte bitte in die commis wenn ihr das jetzt noch angeschaut habt also bis hierhin ist das ist uh ich ich